Als ich 13 Jahre alt war, entdeckte ich, dass ich Gedanken von Jungs lesen kann und meiner Mutter zufolge ging das allen Frauen in unserer Familie so. Meiner Mutter hielt es für eine gute Idee, es mich wissen zu lassen, damit ich es nicht alleine rausfinden muss. Denn als meine Großmutter ihr nichts davon erzählt hat, hat sie fast den Verstand verloren, sagte sie mir in einem Gespräch. Und wisst ihr was? Ich hab's ihr keine Sekunde geglaubt, als sie mir das erste Mal davon erzählte. Ich dachte, es sei ein Witz und dass meine Mutter und meine Oma mir einen Streich spielten. Aber dann wurde mir langsam klar, dass es stimmte, als ich anfing mit der Anleitung und der Anweisung zu üben. Aber bevor wir mit dem Video weitermachen, dürft ihr auf den Abonnier-Button klicken und die Benachrichtigungsglocke aktivieren und euer Schwarm wird euch euer Geheimnis verraten. Vertraut mir, es funktioniert. Es war jedoch keine leichte Aufgabe. Ich musste sehr hart daran arbeiten, Gesten und Emotionen und Mimik lesen zu lernen. Außerdem musste ich vor dem Schlafen gehen und nach dem Aufwachen mindestens eine Stunde lang meditieren, damit ich mich gut konzentrieren und meine Fähigkeiten des Gedankenlesens fördern konnte. Und das Wichtigste war, genug zu üben. Da ich in der Schule war, dachte ich, es wäre einfach, das Gedankenlesen der Jungs in meiner Klasse zu üben. Auf diese Weise konnte ich die Gedanken der Typen in meiner Klasse lesen und erfuhr alle Geheimnisse. Meine Mutter und meine Großmutter haben mir gesagt, ich soll es geheim halten. Aber ich hatte dabei extrem versagt, weil ich sehr gesellig und gesprächig war. So dass ich eines Tages, als ich mit meinen engen Freunden quatschte, sie es einfach herausfanden. Danach fingen meine Freunde an, mir Geld zu bieten, damit ich die Gedanken der Jungs für sie lesen konnte. Und ich nahm das Gartengebot an, da ich eine Gelegenheit sah, mit meinen Fähigkeiten etwas zusätzliches Einkommen zu verdienen. Sie baten mich herauszufinden, ob ein bestimmter Junge sie mochte oder nicht und was er von ihnen hielt. Die Mädchen fragten mich vor allem nach Brandon, einem beliebten Jungen aus unserer Klasse. Aber er dachte die ganze Zeit nur an seine Sportmannschaft und an Basketball, sodass die Mädchen darüber enttäuscht waren. Ich kannte also alle Schwärmereien von den Jungs in meiner Klasse, bis auf einen. Ich wusste, welches Mädchen die Jungs am liebsten machten. Und ich wusste auch, dass sie unsere Klassenlehrerin für die schönste Frau hielten, die sie je gesehen hatten. Manchmal las ich einfach ihre Gedanken als unterhaltsame Aktivität, wenn ich mich in der Klasse langweilte. Und ich bedauerte diese Entscheidung sofort, weil sie über die widerlichsten Dinge nachlachten. Zum Beispiel Dinge aus Erwachsenenmagazinen, bis hin zu ekligen Dingen, die man sich nur vorstellen kann. Aber da war dieser eine Typ, dessen Gedanken ich nicht lesen konnte. Sein Name war Calvin und er war der Schwarm meiner besten Freundin Emma. Sie war total in ihn verknallt, aber sie wollte nicht, dass ich seine Gedanken lese, da sie Angst davor hatte, herauszufinden, ob er sie mochte oder nicht. Ich habe nie Geld von ihr verlangt, für sie die Gedanken anderer zu lesen. Trotzdem wollte sie nicht, dass ich seine Gedanken las. Er war also der einzige Junge, von dem ich nichts wusste. Nicht ein Geheimnis. Aber ich nahm an, dass er über die gleichen ekligen Dinge nachdenken würde, wie alle anderen Jungs in meiner Klasse. Doch die Neugierde hat mich übermannt, denn ich wollte unbedingt sein Geheimnis erfahren und auch herausfinden, ob er Emma mochte oder nicht, damit ich ihr eine Überraschung bereiten konnte. Und wenn er sie nicht mochte, konnte sie wenigstens weiterziehen und sich nicht mehr so auf ihn fixieren. Dazu hielt ich Calvin am Flur an, während Emma nicht da war und lud ihn nach der Schule auf einem Spaziergang im Park ein. Weil es ein anstrengender Schultag war und ich mit Schulsachen beschäftigt war, gingen mir viele Dinge durch den Kopf, sodass ich Ruhe brauchte, um ihn zu lesen. Und mit Emma, die die ganze Zeit in der Schule um mich herum war, wollte ich es nicht wagen, ein Risiko einzugehen. Nachdem die Schule vorbei war, sagte ich Emma, dass ich an diesem Tag zu meiner Oma gehen müsste. Dann traf ich Calvin in den Park. Als wir den Park erreichten, liefen wir eine Weile herum und sprachen über die Schule und so weiter und über unsere Pläne in der Highschool. Ich konnte an Calvins Stimme hören, dass er ein wenig nervös war. Eine Weile später fanden wir einen ruhigen Platz, um uns hinzusetzen. Und es war Zeit für mich, mein Ding zu machen. Für einen Moment dachte ich daran, wie Emma mich gebeten hatte, es nicht zu tun. Aber ohne weiter drüber nachzudenken, sah ich ihn an, konzentrierte mich und begann, seine Gedanken zu lesen. Was ich herausfand, war schockierend. Lasst mich euch sagen, was er dachte. Er dachte, er würde sich zu offensichtlich verhalten und hoffte, dass ich nicht herausfinden würde, dass er mich mochte. Nun wurde mir klar, dass er kein Interesse an Emma hatte, sondern mich mochte. Und ehrlich gesagt, er verhielt sich so schüchtern und nervös und zurückhaltend, dass ich nicht einmal Gedanken lesen musste, um zu wissen, dass er in mich verknallt war. Sofort nachdem ich herausgefunden hatte, was genau ihn beschäftigte, begann ich mich unbehaglich zu fühlen. Ich muss irgendwie hier weg, dachte ich. Also fing ich an, Kopfschmerzen vorzutäuschen und sagte ihm, dass ich mich unwohl fühlte und wir gehen sollten. Bevor wir uns trennten, las ich noch einmal seine Gedanken, um herauszufinden, ob er sich wirklich Sorgen um mich machte. Als ich zu Hause ankam, atmete ich erleichtert auf, aber dann fing der schwere Teil erst an, denn ich hatte keine Ahnung, wie ich Emma und Calvin am nächsten Tag in der Schule begegnen sollte. Dann kam der nächste Morgen und ich wollte nicht einmal zur Schule gehen, aber ich hatte keine andere Wahl. Dort versuchte ich jedoch, Emma und Calvin zu ignorieren und ihn aus dem Weg zu gehen, so gut ich konnte. In der Klasse schaute ich Emma nicht einmal so an und tat so, als wäre ich völlig auf das konzentriert, was der Lehrer unterrichtete. In der Mittagspause aß ich mein Mittagessen entweder im Schulgarten hinter dem Baum oder in der Umkleidekabine und hielt mich so weit weg wie möglich von der Cafeteria entfernt. Nach der Schule rannte ich nach Hause, ohne gesehen zu werden. Emma hatte mir auch einige Male geschrieben und mich angerufen, aber ich habe mir einfach eine Ausrede ausgedacht oder sie völlig ignoriert. Das ging ein paar Tage lang so weiter. Ich lief weiterhin davon, weil ich mich schuldig fühlte, meine beste Freundin hinter Gang zu haben und wegen der Tatsache, dass Calvin mich mochte und nicht sie. Einige Tage danach war ich auf der Schultoilette und versteckte mich vor Emma, als das Unerwartete passierte. Plötzlich, als ich meinen Lippenstift auftrug und in Richtung des Spiegels blickte, fühlte ich jemanden hinter mir. Es war niemand anders als Emma. Sie drängte mich in die Ecke und hielt meine Hand fest. Und an diesem Punkt wusste ich, dass diesmal kein Entkommen oder Weglaufen möglich wäre. Ich musste mich ihr stellen. Aber bevor ich etwas sagen konnte, meldete sich Emma zu Wort. Ich weiß, was du getan hast, Frieda. Wie kannst du es wagen, hinter meinem Rücken das zu tun, worum ich dich bat, nichts zu tun, sagte sie. Ich fühlte mich so schuldig und ängstlich, dass ich kein Wort sagen konnte. Jedenfalls, da du bereits seine Gedanken gelesen hast, erzähl mir all seine Geheimnisse. Alles, was er im Kopf hat, fuhr sie fort. Aber trotzdem konnte ich nichts sagen. Wie konnte ich überhaupt erklären, dass Calvin mich mochte und nicht sie? Es war nicht leicht für mich, also blieb ich still. Komm schon, spuck's aus. Mag er mich? Sagte sie noch einmal, diesmal in einem lauteren Ton, der mich erschreckte. Und ich war verwirrt und ängstlich zugleich, was mich unwissentlich dazu brachte, Ja zu sagen. Nachdem ich gehört hatte, dass Emma vor Freude aufsprang und bevor ich mich korrigieren konnte, stürmte sie aus der Toilette und schrie, ich warte nicht mehr, ich frage ihn, ob er mit mir ausgeht. Ich rannte ihr direkt hinterher und versuchte, sie aufzuhalten und ihr zu sagen, dass das, was ich gesagt hatte, nur ein Versprecher war. Aber ich kam zu spät. Als ich sie endlich einholen konnte, hatte sie Calvin bereits gefunden und hielt ihn im Flur an. Der Gang war voller Schüler und ich hatte keine Gelegenheit, sie zu unterbrechen. Denn als ich auf dem Weg zu ihnen war, hörte ich Emma als voll im Halse schreien, Ich mag dich auch, Calvin. Würdest du mit mir ausgehen? Ja? Dann kam der Teil, den ich am meisten gefürchtet hatte. Da war die Antwort von Calvin. Ich habe nie gesagt, dass ich dich mag und nein, ich will nicht mit dir ausgehen, sagte er vor allen anderen Schülern. Emmas Gesicht wurde rot und sie lief weinend weg und ich wollte ihr nachlaufen, aber Calvin hielt mich auf. Hey Frieda, ich habe dich seit ein paar Tagen nicht erreichen können. Ich hoffe, ich habe nichts getan, was dir ein Unbehagen bereitet, sagte er und ich konnte in seinen Gedanken die gleichen Bedenken lesen. Er war wirklich besorgt und auch sehr lieb und fürsorglich. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich auch in ihn verknallt war und all die Tage, in denen ich mich schuldig gefühlt hatte, war es nicht, weil ich mich nicht mochte, sondern weil ich ihn auch mochte. Ich musste jetzt aber erstmal Emma suchen, also sagte ich ihm, dass mit uns alles gut sei und dass ich bald mit ihm sprechen würde. Dann machte ich mich auf die Suche nach Emma, in der ganzen Schule. Sie war weder im Klassenzimmer noch in der Cafeteria, also ging ich nach draußen und sah sie im Garten weinen. Ich wollte sie trösten, aber sobald ich mich ihr näherte, schrie sie mich an. Sie war so wütend, weil ich sie vor der ganzen Schule wie eine Narren aussehen lassen hatte. Rede nicht mehr mit mir, sagte sie und lief davon. Ich war so enttäuscht von mir selbst, denn all die Dinge, die passiert waren, waren in der Tat meinetwegen und wegen der Tatsache, dass ich Gedanken lesen konnte. Und ab da an gab es Funkstille zwischen Emma und mir. Ich fühlte mich super schlecht, aber ich wusste, dass sie es verstehen würde, wenn sie meine Geschichte hören würde. Obwohl sie sich seltsam verhielt und alles tat, um mich eifersüchtig zu machen und zu verletzen, verriet sie mein Geheimnis nie jemandem. Einmal organisierte sie eine Party bei sich zu Hause und lud die ganze Schule außer mir ein. Ich erfuhr erst davon, als ich eine Tonne Bilder auf Social Media gesehen habe. Das war es für mich. Ich konnte es nicht mehr ertragen und ich musste ihr die Wahrheit sagen. Also ging ich am Tag nach dieser Party zu ihr nach Hause. Sie ließ mich rein und diesmal erzählte ich ihr, ohne um den heißen Brei zu reden, alles, was passiert war. Von dem Teil, wo ich sie überraschen wollte, bis zu dem Teil, wo ich mich schuldig fühlte, weil er stattdessen mich mochte und nicht sie. Nachdem sie alles gehört hatte, hielt sie eine Weile inne und sagte mir, dass sie es verstehen würde. Und nicht nur das, sie sagte mir sogar, dass ich mich mit ihm verabreden dürfte. Und sie wird kein Problem damit haben. Und das war genau das, was ich tat. Ich fing an, mich mit Calvin zu daten, weil er ein so netter Kerr war und seine Gedanken so süß waren. Nach der Verabredung erzählte ich ihm von meinem Gedankenlesen, das er cool fand. Ab und an hatte ich das Gefühl, Emma sei eifersüchtig, aber ich konnte nur die Gedanken von Jungs lesen, also war ich mir nicht sicher. Bald darauf war die Highschool vorbei und Calvin und ich zogen in eine andere Stadt, um dort zu leben und gemeinsam eine Universität zu besuchen. Emma ging auf eine andere Universität und fing an, sich mit anderen Jungs zu daten und alles war gut. Danke fürs Zuschauen. Konntet ihr schon mal Gedanken von jemand lesen? Lasst es mich unten in die Kommentare wissen und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und auch die anderen Videos zu schauen.